Ah, schon die Montagsfolge ist ja Hammer. Uhu. Huch, da ist hier die Wand kaputt. Wie kann das denn passieren? Verstehe ich gar nicht. Morgen. Ja. Wieder so ein scheiß Speicherpunkt. Ach. Brech. Was ein Typ, ey. Was ein Typ. So, nochmal. Hey. Hä? Oh Mann, das ist doch echt... Oh. Das ist echt gemein. Das ist richtig gemein. Das ist richtig RTL. Vor allem, die haben so ein Durchmesser, weißt du? Als ob dich so ein LKW überrollt. Jawohl. Oh oh. Magnetresonanz? Möglich. Was es auch ist. Etwas in diesen Felsen beeinflusst die Plattformen. Vorsichtig. Hua! Zwei von euch. Schnell! Boah! 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 Aha! Äh! Uah! Och man, ist das gemein. Alter, wie hoch. Doyset, demäen. Oh, ein Flugzeug. Sie unterdrücken uns. Das, dass du nicht mehr für uns arbeitest, hat uns geschadet. Mit besseren Waffen als den hier hätten wir sie besiegen können. Mit besseren Waffen wäre Monte Verde jetzt nichts als ein rauchender Krater im Boden. Ich soll dir offenbar nur helfen, die Menschen auszulöschen. Charlotte, Menschen sind unsere größten Feinde. Wir haben dich aufgenommen, weil du uns im Kampf geholfen hast. Doch die Wahrheit ist, wir geben nicht auf, bis der allerletzte Mensch tot ist. Aus reiner Dankbarkeit werde ich dich verschonen. Aber wenn du die Waffenfabriken nicht wieder aufbauen willst, dann hast du hier bei uns nichts mehr verloren. Doktor, ich brauche deine Hilfe. Rette mich. Was ist das denn? Oh, Kuschelbär. Der will nur kuscheln. Der ist nett. Oh, noch mehr. Alter. Die hauen richtig rein. Kuschelbär. Komm, Kuscheln. Oh. Die wollen nur kuscheln. Äh. Ah. Redstone. Ach ja, unsere Helden-Plattform. Dass die sich nicht selber auf den Sack gehen. Och, Mann. Ich will den Zorn-Rosette hier. Der will nur kuscheln. Ja, ich will auch kuscheln. Und zwar ganz zärtlich. Ganz zärtlich. Zärtlich. Total zärtlich. Ganz doll zärtlich. Ganz doll zärtlich. Komm, Kuscheln. Aua. Nicht so doll. Kuscheln. Bäh. Gruppenkuscheln. Nein, nicht verlieren. Nicht die Teile verlieren. Bitte nicht. Ach, gut. Tja, ich glaub, das wäre mir vor 20 Jahren viel leichter gefallen. Ja. Fettes Sau. Da oben ist ne Maschine. Oh, Mann. Uah. Bossfeink. Komm, Kuscheln. Der will auch nur kuscheln. Kuscheln. Oh, Mann. Na, also. Alter. Nicht zu zärtlich. Hä, was? Der hat gecheatet. Habt ihr's gesehen? Komm schon. Kuscheln. Der da oben fuckt mich ganz schön ab, ey. Kuscheln. Aua. Alter. Was ein Bombardement. Kuscheln. Au. Zu, da, gekuschelt. Waa. 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 So, und jetzt. Du. Echte? Nein! Nein! Oh, du Motherfucker. Aua. Aua. Wir erreicht's. Rosette ist wieder um drei Millimeter, drei Kilometer gewachsener. Nicht so doll kuscheln. Ich kuschel euch in den Tod. Aua. Jetzt werde ich hastig. Äh, hektisch. Waa. Waa. Zack. Na, endlich. Ha. Der Höhleneingang war zu eng, um die Plattformen zu benutzen. Also, nehmen wir Seile für den restlichen Weg. Yay. 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 Ich frage mich, wann der kleine Roboter eintritt. Orientalische Musik? What the hell? Zu windig. Oh, kuscheln. Oh. Nicht. So. Doll. Nur zärtlich. Special. Oh, ne. Nur Sonnsteine. Huah. Huah. Nein. Ist ja sch... Alter. Huah. Ganz langsam großer. Ganz langsam. Ach, schnief. Oh, guter Stoff. Die Höhle mit der Malerei ist ganz in der Nähe. Ja, wo denn? Ui, ei, ei. Cheater. Ah, Sonnstein umsonst. Da muss man ganz langsam aufpassen, ey. Mit dem Wind. Oh. weiter alter hey wir können die aus dem winkel schießen was ist so eine cheaterei war nicht so schnell immer langsam mit der jungen pferde hey wie sind die so ah kackwind 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 oh ma ah surprise motherfucker lord voldemort grüßt ich hole mir mal die leutsteine bis gleich nord voldemort vorsicht lasst mich so so hoch geht's ja nur eins noch ja nur eins noch die 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 die